Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist die Barbara Box eingetroffen. Die ist hier noch vollkommen eingepackt. Also wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen zu erfahren, was sich in dieser Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Barbara Box kommt alle zwei Monate und ist eine Beauty Box. Da hast du Beauty Produkte drin, die halt auch so ein bisschen für etwas ältere Ladies auf der Welt ist. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt als Teenager mehr abonnieren. Genau, die kommt, wie gesagt, alle zwei Monate, kostet zwischen 25 und 30 Euro, je nachdem welche Aboform du wählst. Und ja, ich bekomme sie ja kostenfrei in der Kooperation zugeschickt bekommen. Bekommen. Ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zugeschickt, genau. Genau. Und deswegen kannst du auch in diesem Video eine Barbara Box gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau da einfach mal vorbei. Und ich habe jetzt schon mal ganz brech aufgelassen. Ich bin sehr gespannt, was sich jetzt im Februar da drin verbirgt. Schon mal eine ziemlich geile Farbe. Also, und dieses Mintgrün-Türkis ist auf jeden Fall eine Farbe, die ich auch sehr, sehr gerne so trage. Also dementsprechend, ne. Wer mich schon länger schaut, hat das dann auch schon anhand der Oberteile mal ab und an gesehen. Und hier ist auch tatsächlich der Flyer. Da steht drauf, wie sagt man doch so schön, neues Jahr, neues Glück. Der perfekte Start. Dafür bietet dir auf jeden Fall die neue Barbara Box einmal neu, bitte. Viel Spaß beim Probieren. XOXO, Maria vom Barbara Box Team. Vielen, vielen Dank, liebe Maria. Ich bin sehr gespannt, wie du jetzt mein Jahr 2020 ganz neu gestalten möchtest. Ich meine, die ersten guten Vorsätze wurden schon über Bord geschmissen. Und ich weiß jetzt nicht, was jetzt in diesem Jahr auf mich zukommt. Also, ich bin da tatsächlich sehr offen und sehr entspannt. Aber gut, ne. Neues Jahr, neues Glück. Man weiß ja nie so genau. Und einmal neu, bitte. Alles neu machen will ich jetzt auch nicht, ne. Also, es gibt doch durchaus einige Sachen, die ich gerne so behalten möchte, wie sie so sind. So, ich habe das Ding jetzt hier mal rausgeholt. Denn so schaut die Barbara Box aus. Das ist das klassische Barbara Box Design. Und, ja, ne, finde ich immer sehr praktisch, weil dann kannst du, wenn du die Barbara Box im Abo hast, das auch entsprechend als Aufbewahrungsboxen verwenden. Und, ja, fühlt sich ganz gut schon mal an. Und du hast auch mit dabei, äh, ein Höftchen. Hello Spring. Ach so, da sind so ein paar Gutscheinkodes drin, die man dann einlösen kann, wenn man möchte shoppen und so. Einmal neu, bitte, ne. Passt auf jeden Fall. Und die Barbara, das Magazin. Das ist ja auch die Namensgeberin von der Barbara Box an sich. Und da haben wir natürlich die Barbara Schöneberger vorne abgebildet, die sich höchstwahrscheinlich etwas karnevalistisch angezogen hat, ist das Öde. Ich hoffe nicht, dass die Box öde ist, Leute. Ähm, 4,50 Euro kostet die normalerweise. Und das ist die Märzausgabe. Und, ja, die kommt wie immer bei uns auf die Toilette in unseren Magazinständer. Da sind auch ein paar Rezepte drin. Ich bin sehr gespannt. Das wird aber nochmal in Ruhe angeschaut. Und hier haben wir jetzt die Box. Da nehme ich jetzt einmal den Deckel ab, weil der ist so groß. Das kann ich ja nicht mit einer Hand. Das funktioniert nicht. Und hier haben wir einmal den ersten Blick, wenn der Deckel abgemacht ist. Und dann riechen wir mal dran. Riecht nur nach Papier. Es gab auch mal Zeiten, da kamen richtige Düfte aus den Boxen raus, oder? Naja, dann haben wir hier das Seidenschleifchen, was wir einmal lösen. Und dann öffnen wir die Klebi vom Seidenpapier. Hier haben wir den ersten, sehr kuscheligen Blick in die Box. Also, das sieht mir sehr nach Wellness hier aus. Ich bin sehr gespannt. Hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist mit Preisen und Anwendungshinweisen und teilweise auch Rabatten und sowas. Und, ja, ne? Das benutze ich, um dir die Preise einzublenden. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass ich schon ein bisschen umdekoriert habe? Ich habe jetzt keinen Tannenbaum mehr da stehen. Da ist Osterdeko. Da ist Osterdeko. Ne? Es wird, es wird. Langsam löse ich mich von Weihnachten und der Winterwelt. Es ist hart, aber ich mache es. So, dann schauen wir doch mal in die Box rein, was es hier gibt. Als erstes nehme ich hier dieses Raschelfie mal raus und ich... Was ist das denn? Okay, ja. Das ist hier in Plastikfolie eingepackt und das nehme ich mal raus. Okay. Das ist, ja, geil. Das ist richtig geil. Das ist, also die Farbe ist ja schon mal richtig scharf, ne? Ich habe sowas schon mal bei Jana, bei White Swan Beauty gesehen. Die verwendet sowas gerne, wenn sie jetzt so Masken macht oder so. Ist das geil. Wie zieht man sowas denn bitte an? Gut, jetzt bin ich heute nicht geschminkt. Da geht das alles wohl. Dann so über die Ohren. Oh mein Gott. Ich sehe aus wie die Witwe Bolte. Ist das großartig? Ich finde es scharf. Das hält die Ohren warm. Ich weiß nicht, verwendet man das als Ohrenschützer, so wenn man nach draußen geht, oder kann man das einfach als Maskenvieh verwenden, dass ich mir jetzt so eine Gesichtsmaske auftrage? Wie würdest du das verwenden? Schreib mir das mal gerne unten in die Kommentare. Also die Frage ist ja auch zudem ein bisschen, würdest du so rausgehen? Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Das ist irgendwie schon ziemlich fancy hier mit der Schleife. Ich meine gut, würde ich damit rausgehen? Ich sitze hier vor der Kamera und ihr könnt das alle sehen, ne? Aber hat was, hat was. Was es hat, weiß ich noch nicht. Okay, dann gucken wir uns mal das nächste an. Ich lasse es jetzt drauf, da bin ich eiskalt, ne? Irgendwie wirkt das Bild jetzt auch gerade ein bisschen heller dadurch, dass ich das aufhabe. Das finde ich nämlich ziemlich scharf. Okay, als nächstes haben wir ein Produkt, das habe ich auch schon mal. Gehabt von Ghoul mit Baobab-Öl. Ein Tiefenaufbau-Intensiv-Repair-Kur-Gedöns für vielseitig strapaziertes, geschädigtes Haar. Das ist eine Haarkur. Das ist cool, das hatte ich wie gesagt schon mal. Das ist cool von Ghoul. Ja, guten Morgen. So was finde ich immer großartig, ne? Wenn einfach ein Drittel des Inhalts weg ist. Das riecht aber schon geil. Ich glaube, dazu habe ich noch passende Shampoo und Spülung. Und wenn du das in Kombi verwendest, das ist schon ziemlich cool. Ja. Und Ghoul-Produkte funktionieren bei meinen Haaren relativ gut. Also von daher finde ich das schon mal ganz gut. Einmal Neubette. Ist jetzt für mich nicht unbedingt auf Reparatur bezogen, aber das ist ja quasi aus alt macht neu. Ja, Claudia macht sich mal wieder die Welt schön. Ich merke das wohl. Wir haben schon wieder so ein Vieh drin, Leute. Schon wieder. Es ist ein Ingwer-Shot von Berliner Shot. Mit Ingwer, Apfel, Zitrone und Cayenne. Es ist anjenim scharf. Ja, ihr kennt das von mir, ne? Sowas wird ja direkt weggekippt. Das muss ja auch einfach mal sein, ne? Boah, die sind immer wirklich scharf. Habe ich hier irgendwas zum Nachessen da drin? Sieht schlecht aus. Tja, da müssen wir jetzt einfach mal durch, ne? Ich habe ein bisschen Angst. Auch wenn ich weiß, ich... Nee, gerade weil ich weiß, was auf mich zukommt, habe ich ein bisschen Angst. Es soll ja gesund sein, ne? Gesund ist immer gut. Prost. Und dieser Duft, der schon rauskommt. Ich habe da jetzt schon Panik vor. Ja, alles für euch. Oh mein Gott. Ja, von wegen angenehm, ey. Nicht nur durch dieses Vieh auf meinem Kopf wird mir gerade sehr, sehr warm, sondern auch von innen heraus, Leute. Ne? Läuft. Okay. Als nächstes, da sage ich jetzt ernsthaft. Ich sage da gar nichts mehr zu. Ich halte es jetzt nur in die Kamera. Habe ich eine Zahnpasta von The Humble Co. Dann habe ich von Kiku. SOS Repair Universal Gel, medizinische Hautpflege bei Abschürfungen, Rissen, Schnitten, Stichen, Blasen, Pickeln, Narbenpflege und Lippenkribbeln. Hä? Beugt Entzündung vor. Beugt Entzündung vor. Beruhigt und besänftigt. Stoppt Juckreiz. Stoppt Juckreiz. Kühlt, unterstützt Hautregeneration und schützt nachhaltig. Okay, ja. Äh. Was ist das? Reicht für 20 bis 30 Anwendungen. Und das musst du einfach dünn auftragen. Bin ja auch so ein Teufatsch. Ne? Ich laufe ja tatsächlich überall gegen. Deswegen kann ich sowas gut brauchen. In Bezug auf Schnittwunden oder Schürfwunden. Okay, das war übrigens hier ganz hübsch in der Verpackung drin. Das ist nice. Muss man wirklich sagen. Ziemlich viel Verpackung für ein winzig kleines Produkt. Das sei jedem selbst überlassen, ob man das dann auch okay findet. Ähm. Ja. Okay. Also könnte ich das jetzt theoretisch, das ist hier so ein Pumpspender, auf Pickel geben. Habe ich jetzt ja gerade so ein paar in meinem Gesicht. Oder auf Schnittwunden. Habt ihr auch mitbekommen. Ich schneide mich gerne an Ordnern und Co. Oder verbrenne mich an Eierkochern. Läuft bei mir. Ja. Wenn man das dafür dann verwenden kann, dann werde ich mir das in die Handtasche packen. Denn Unfälle passieren bei mir immer mal wieder zwischendurch. Interessant. Finde ich wirklich interessant. Ja. Wird getestet. So. Als nächstes habe ich von CD Aloe Effekt mit Q10. Eine reichhaltige Tagscreme für trockene und anspruchsvolle Haut. Glättende und intensiv pflegende Anti-Aging Creme mit Aloe Vera. Bei Aloe Vera muss ich ja immer an die Vanessa denken, ne? Mrs. Rosarot. Ich habe keine Ahnung, wie du das geschafft hast. Aber ich muss immer an dich denken, wenn ich irgendwas mit Aloe Vera sehe. Unfassbar. Okay. Ja. CD ist ja sehr hautfreundlich, sagt man ja auch. Und hier haben wir halt eine Tagescreme. Nur ausgewählte Inhaltsstoffe, ohne synthetische Farbstoffe, ohne tierische Inhaltsstoffe. Siehst du wohl, ne? Alles sehr nice. 50 Milliliter sind hier drin. Das ist ja so eine ganz übliche Größe für eine Tagescreme. Und, jo. Ne? Wird auf jeden Fall verwendet. Brauche ich jetzt nicht aufmachen, weil ich habe jetzt noch eine offen. Sonst wäre das ja ein bisschen Verschwendung. Aber finde ich ganz cool. Und die scheint neu zu sein. Jeweil steht das hier oben drauf. Ja, hier habe ich ein Produkt. Das habe ich auch schon mal verwendet. Das war aber nicht ganz so meine Welt, weil mir das in der Nase gebrannt hat tatsächlich. Von Aspora Clip. Das kommt von der Höhle der Löwen. Das ist dieses Produkt. Das habe ich jetzt sowohl in dieser lilanen Variante schon mal gehabt, als auch, ich glaube, in der blauen oder in der grünen. Und da haben mein Freund und ich das mal zusammen verwendet. Und wir haben beide gesagt, das tut hier an der Nasenscheidewand und also quasi bei dem dazwischen, was man hier außen so sieht, und dem, was dann zwischen den beiden Nasenlöchern ist. Das tut einfach weh, ne? Also das hat echt gebrannt. Das hat nicht so nice einen Eindruck bei uns hinterlassen. Das hier ist tatsächlich Lavendel, Mandarine und Melisse. Das soll halt entspannen und beruhigen. Das soll sowohl dich halt so ein bisschen runterholen, ein bisschen chillen, ein bisschen... Dieser Ingwer-Schrott macht mich gerade echt fertig, weil die Schleimhäute anschwillen, Leute. Ich sage euch das. Da sollte ich halt, wie gesagt, chillen und gleichzeitig halt auch die Nase freimachen. Habe ich jetzt nicht so empfunden, ne? Und drei Wochen anwendbar, ich finde das immer ein bisschen interessant, ne? Also dieses Moped machst du dir halt dazwischen und jeder, wie er meint, ich werde es nicht verwenden wollen. Ja, das ist ein Bloom Beauty Essence Skincare Drink mit Collagen. Okay, das könnte ich jetzt zum Nachschütten gut gebrauchen. Oh ja, sehr, sehr gut. Von Bloom hatten wir, glaube ich, mal so Pastillen oder sowas mit drin, die du quasi über den Tag nehmen konntest für die innere Schönheit. Ja, ich schwöre da tatsächlich eher auf Bierhefetabletten zum Beispiel für Haut, Haare, Nägel, ne? Ist mehr so meins und, äh, ja, gesunde Ernährung sollte ich machen, mache ich aber nicht. Okay, äh, Low Calorie, also mit wenig Kalorien und, ähm, für ein natürlich frisches und revitalisiertes Hautbild, äh, Hautgefühl. Hä, aber was soll denn das machen? Ähm, also vor allem langfristig oder trinke ich das einmal und bin dann auf einmal wunderschön? So Schmetterling-mäßig, mal gucken. Wahre Schönheit kommt von innen. Ich, hier steht nicht drauf, wie oft man sowas verwenden muss, ne? Aber, komm, wir probieren das mal. Hier ist auch noch 25 Cent Pfand drauf, guck, die kriegst du auch noch geschenkt. Schwarze Johannesbeere, okay. Ja, schauen wir mal. Riecht wirklich ein bisschen nach Beere, ne? Prost. Zack, ein Schwan. Nee, ne? Ja, ich glaub, da musst du dann doch ein paar mehr von trinken. Blöd. Naja, äh, kann man machen. Schmeckt ganz lecker. Wird aber auch nicht unbedingt günstig sein, ne? Also, ob sowas so sinnvoll ist, sei jedem selbst überlassen, muss ich wirklich immer wieder dazu sagen. Das finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, Nahrungsergänzungsmittel ist sowieso eine schwierige Kiste. Aber, ja, ist auf jeden Fall lecker und nice to have. Also, beschwere ich mich jetzt tatsächlich nicht. Als nächstes haben wir von einer mittlerweile ziemlich bekannten Beautyboxen-Marke. Ich nenne sie jetzt einfach mal so, weil ich habe sie noch nie woanders gesehen. Äh, von Fräulein B. Ein Magic Make-Up Remover Pad. Da bin ich gespannt, was das ist. Besonders weicher Mikrofaser-Pad, der die Haut wie Zauberhand von Make-Up entfernt. Das ohne, und das ohne Reinigungsprodukt. Feinste Mikrofasern mit hohem Reinigungseffekt. Reinigung nur mit Wasser. Ich meine, da haben wir doch jetzt mittlerweile einige Produkte schon von. Ich denke jetzt gerade echt an meinen Schrank im Badezimmer, ne. Da habe ich mittlerweile wirklich einige davon. Aber gut, Fräulein B. ist jetzt auch noch jemand dabei. Mit lauwarmen Wasser anfeuchten. Ist wiederverwendbar. Bei 60 Grad kannst du es waschen, ne. Und es kommt aus Berlin. Alles ganz nice. Und jetzt gucken wir uns das mal an, wie das so aussieht. Okay, da ist wirklich nur ein Pad drin. Das ist echt groß, ne. Weiß ist immer schwierig. Das habe ich ja zum Beispiel bei meinen Waschis. Die verfärben sich halt mit der Zeit. Die werden zum einen dadurch, dass wir ja auch sie zusammen mit anderen Sachen in der Waschmaschine wäscht, werden die ja sowieso ein bisschen so einen Grauschleier bekommen. Zum anderen, ja, wasserfeste Mascara und so und krasser Lippenstift drauf. Die Verschmutzung kriege ich nicht so leicht raus. Aber das hier ist super interessant. Weil das hier ist nicht nur so ein Pad, wie man das halt so normalerweise kennt. Sondern da ist auch noch so eine Schaumstofffüllung mit da drin. Also es ist auch relativ dick. Das sieht man auch. Und was ich auch positiv finde, ist, dass es so groß ist. Ganz optimal wäre es natürlich gewesen, wenn du hier noch entweder so ein Gummiband drüber gehabt hättest, wo du die Hand so reinstecken kannst. Wie bei diesen Puffeldingern, die du manchmal so bei den Cushion Foundations oder so mit drin hast. Oder wenn hier so eine Tasche wäre, wie bei den Norwell Abschminkpads. Das heißt, dass du quasi die Hand da reinstecken kannst und dann... Das wäre richtig geil gewesen. Also, Fräulein B., wenn ihr das schauen solltet, was ich nicht glaube, aber wenn ihr das schauen solltet, wäre das mal so ein kleiner Verbesserungsvorschlag von meiner Seite. Aber ansonsten finde ich das ganz nice. Fühlt sich flauschig an. Flauschig ist immer positiv bei mir. Und ja, ist halt sehr, sehr groß. Also da, ich meine, in Relation zu meinem Gesicht ist es schon ein Aschi, ne? Ja, bei 60 Grad mit dem Schaumstoff hier drin, da bin ich echt am Zweifeln. Aber, ne, werde ich verwenden, werde ich euch im Aufgebraucht-Video drüber berichten, weil ich habe ja eine Verpackung, welche ich in meine Aufgebraucht-Pliste packen kann. Genau. Ja, nice. Das ist ein sehr aufregendes Produkt. Das ist, äh, ja. Muss ich wirklich sagen, die Produkte, die hier drin sind, sind dieses Mal wirklich sehr abwechslungsreich. Finde ich richtig cool. So. Ein Produkt, was Claudia glücklich macht von Shalm Cell Therapy. Hydrogelmaske Anti-Age-Booster. Ich liebe diese zweigeteilten Shalm Hydrogelmasken. Die blaue ist ja mein absoluter Liebling. Und die hier, die ist auch richtig klasse. Es ist eine zweigeteilte Maske, die du dir quasi einmal oberhalb auftragen kannst und einmal unterhalb. Das verhindert so ein bisschen dieses ganze Verrutschen. Das erhöht den Tragekomfort. Und das ist natürlich dann auch dafür da, damit deine Haut etwas glatter wird. Ja. Langfristig, keine Ahnung, ne. Ich weiß nicht, wie oft man so eine Maske dann verwenden muss, dass man auch tatsächlich einen Effekt bekommt. Aber ich verwende ja regelmäßig irgendwelche Masken. Und ich merke schon, dass meine Haut das sehr gut aufnimmt. Also, weil ich das halt dann immer gezielt anwenden kann, ne. Sei es, dass ich jetzt heute Abend zum Beispiel eine Anti-Pickelmaske drauf mache. Oder dann am nächsten Tag irgendwie eine Feuchtigkeitsspendende Maske oder eine glättende Maske. Wie man gerade so Lust und Laune hat. Deswegen finde ich das echt cool. Denn ich sage es ja immer wieder, immer wenn eine Maske mit in der Box ist, finde ich die Box schon mal per se geil, ne. Ja, das gefällt mir. Und jetzt haben wir noch ein Produkt, was hier mit drin ist. Ähm, von Sukin. Und davon habe ich aktuell auch einen Cleanser unter meiner Dusche stehen. Das ist Australian & Natural Purely Ageless Intensives Firming Serum. Parabenfrei. Steht das hier noch irgendwo auf Deutsch? Nein. Okay. Doch, hinten. Eingesichtsserum. Das leichte Serum, reich an natürlichen Wirkstoffen, festigt und glättet die Haut sanft und einverleiht. Hä? Da ist ein ein zu viel. Und verleiht ein geschmeidiges Hautgefühl. Reine Ribose-Akazien-Extrakt und Hagebuttenöl verbessern die Spannkraft der Haut und reduzieren die ersten Anzeichen der Hautalterung bereits nach 14 Tagen. Hm. Kakaobutter. Oh, lecker. Spendet Feuchtigkeit und schützt die Haut vor Umwelteinflüssen. Nom. Morgens und oder abends nach der Reinigung auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Danach, irgendwie, Tages- oder Nacht-Creme verwenden. Am besten natürlich auch noch von Sukin eine. Ja. Finde ich cool. Und was ist hier noch alles nicht drin? 95% fällt tighter Skin. Das ist auch nett. Jo. Das ist natürlich, das ist vegan, das ist cruelty-free und ist Australian-made. Jo. Kommt auf jeden Fall in meine Backup-Sammlung mit rein und wird demnächst mal verwendet. Aktuell habe ich ja noch eine Anwendung, ne? Eins nach dem anderen. Aber wir gucken mal, wie die Flasche so aussieht. Das finde ich auch immer interessant. Jo, guck. Das ist so ein Pumper. Jo. Eine Glasflasche. Das finde ich auch schön, ne? Das gefällt mir gut. Ja. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das soll dir die Gesichtshaut straffen. Okay. Ihr Lieben. Das war die Box. Hat mir richtig gut gefallen. Also die war wirklich abwechslungsreich. Okay. Abgesehen von diesem Produkt. Darüber wollen wir nicht weiter reden. Ja. Aber es ist, es ist, es ist cool gewesen. Zwei Getränke. Beide aber irgendwie auf ihre Art und Weise schon lecker. Also mir hat es gefallen, wie gesagt. Und, ne? Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.